Du möchtest auf deiner WordPress-Seite den Debug-Mode aktivieren. Hierzu musst du nicht etwa ins Backend oder so auf der Seite, sondern du musst dich an die Source-Dateien ranwagen. Das geht am besten mit einem FTP-Client. Hier verwende ich am liebsten das Programm FileZilla. Wenn du ein solches Programm nicht installiert hast und auch aus irgendwelchen Gründen nicht installieren möchtest oder es gibt vielleicht irgendeine Beschränkung, hast du noch die alternative Möglichkeit, dass du mit einem Web-FTP an die Seite herangehst. Das geht meistens über das Provider-Menü. Falls du aber, falls du den Nutzen kannst, würde ich dir das auf jeden Fall empfehlen. Das ist nämlich super, um quasi auch den vorherigen Standard-Dateien nochmal für dich selbst zu behalten. Wir nehmen jetzt den Server, auf den wir wollen, klicken dann quasi auf Verbinden, nachdem wir hier den Servernamen, den Benutzernamen und das Passwort eingegeben haben und nachdem wir uns dann verbunden haben, müssen wir jetzt in den Ordner, in dem quasi deine WordPress-Installation angesiedelt ist. Das ist der Ordner, auf dem die Domain zeigt, die quasi mit deiner WordPress-Seite betrieben wird. In dem konkreten Fall ist es der Ordner, der Vendo heißt. Das heißt, ich gehe hier rein und in diesem Ordner, du erkennst ihn daran, dass dort das WP-Admin, das WP-Content und das WP-Includes, verzeichnet, angesiedelt ist, findest du jetzt die Datei WP-Config.php. Diese Datei musst du dir herunterladen. Das geht super einfach. Command und dann Pfeil nach unten auf dem Mac und anschließend kannst du die Datei bearbeiten. Falls du jetzt hier kein Programm hast, das die Datei sofort aufmacht, kommt vielleicht irgendein Dialog, der dich fragt, mit welcher Datei oder mit welchem Programm vielmehr du diese Datei öffnen möchtest, da kannst du irgendeinen beliebigen Editor nehmen, also Notepad zum Beispiel. Am besten ist es natürlich, einen echten Code-Editor zu nehmen. Hier empfehlen wir dir Visual Studio Code. In der Datei scrollst du ganz ans Ende und hier findest du im Normalfall die Zeile Define WP Debug und dort steht üblicherweise eben False. Da gehst du ran und machst aus diesem False ein True. Anschließend speicherst du die Datei und dann kannst du zurück in den File-Ziller. Der kriegt das normalerweise mit, zumindest wenn du den richtig konfiguriert hast, da sich die Datei geändert hat. Dann sagst du Ja, wieder auf den Server übertragen und das war's. Jetzt ist der Debug-Mode auf deiner Seite aktiviert. Wenn du jetzt neu lädst, kommt es mitunter vor, dass du hier oben irgendwelche Meldungen siehst. Die verschwinden manchmal hinter dem eigentlichen Inhalt der Seite. Diese Meldungen weisen darauf hin, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, logischerweise. Der Mode heißt aber nicht umsonst Debug-Mode, denn der ist dazu da, dass du diese Fehler, diese Bugs, debuggen kannst, also ausmerzen kannst. Debug-Modes werden üblicherweise auf einer Entwicklungsumgebung aktiviert, damit man auf dort alle Fehler sehen kann und die nach und nach beheben kann. Auf einer Live-Umgebung ist der allgemeine Ratschlag von jedem Entwickler, der ein bisschen was drauf hat, dass du den Debug-Mode deaktivierst. Denn es kann mal vorkommen, das ist hier auch so, dass ein Plugin wie RankMath dir irgendeine Warnung reinschießt, weil die vielleicht noch nicht auf die PHP-Version, in dem aktuellen Fall ist es 8.2, ihre Funktionen angepasst haben, aber die funktionieren grundsätzlich immer noch. Und diese Deprecated-Warnung, die erzeugt aktuell noch keinen Fehler, es ist eben nur eine Warnung. In der Zukunft könnte das einen Fehler verursachen, im Normalfall ist es so, bis dahin wird dieses Plugin hoffentlich gefixt sein, durch 1, 2 Updates und dann verschwinden diese Meldungen logischerweise auch. Das heißt nochmal, für dich zum Mitschreiben, auf einer Testentwicklung kannst du natürlich den Debug-Mode aktiviert lassen, auf einer Live-Entwicklung eher nicht. Falls du jetzt irgendwelche Fehler hast, die du einfach nicht gelöst bekommst, möchte in diesem Video nicht drauf eingehen, denn wir haben diverse Videos auf dem Kanal, wo wir dir erklären, wie man die Fehlersuche in WordPress startet. Üblicherweise ist Schritt Nummer 1, den Debug-Mode zu aktivieren, das weißt du jetzt. Falls irgendwas auf deiner Seite immer noch nicht funktioniert, kannst du jetzt in die anderen Videos mal reinschauen, die verlinken wir dir selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald mal wieder hier auf dem Kanal. Mach's gut, bis dann.